servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal neue id neues glück wir machen weiter mit weekly reset und hier bekommt ihr die volle packung an sachen die ihr in dieser woche tun erledigen könnt whatsoever wir starten auch ohne große umschweife rein und fang erstmal mit den normalen sachen in waldracken an beziehungsweise vorweg da gehe ich jetzt nicht mehr allzu groß ein drauf ein was ihr immer machen könnt oder solltet hier die obsidian zitadelle die weekly quests die belagerung der drachenflugfestung eine große jagd minimum pro woche und das fest mal hier bei den tusca der iscara sollte sich mittlerweile von selbst verstehen deswegen da geben wir jetzt nicht mehr so super groß drauf ein dazu ihr habt eben schon gesehen world boss basrikron ist wieder am start mit 395 er loot mal sehen ob es blizzard geschafft hat diesmal den loot abzudaten nein haben sie nicht very good da haben wir einen hals mit grid mastery eine platte brustkette handgelenke stoff gürtel und leder boots zum looten also die rotation geht jetzt wieder von vorne los dann fangen wir an in waldracken natürlich die weekly hilft dem abkommen drachenflugfestung also 3000 ruf sammeln plus die drachenflugfestung belagerung machen dann habt ihr eure weekly volt die ihr öffnen könnt da kann ich nur sagen guckt heute abend unbedingt mein video rein ich habe raza gas mythic loot drin gehabt richtig richtig gut da könnt ihr euch was freuen dann haben wir die arena ruft gewinnt 10 arena geplänkel als weekly plus haustier champion besiegt fünf spieler über kampfinden mit einer gruppe aus haustieren auf stuf 25 die lässt sich nur einmal pro account abschließen die andere ist nicht account weit quasi dann wie jede woche würde ich euch auch empfehlen macht eure handwerks weekly quests es lohnt sich auf jeden fall nicht nur dass ihr eifer des handwerkers bekommt ihr bekommt hier auch ruf ihr bekommt knowledge points für eure berufe und das ist was was ihr definitiv mitnehmen solltet was haben wir hier alchemistische lösung mal wieder also das scheint sogar immer dasselbe zu sein zumindest bei alchi die eine quest ich habe jetzt mit anderen oder mit anderen twinks noch nicht so oft die quests gemacht hier deswegen weiß ich nicht ob da immer was dabei ist was sich wiederholt kann schon sein i don't know aber auf jeden fall gibt es ein bisschen alchemie wissen was ich dann wieder guten gewissens volles brett falsch in meine bäume rein skillen kann aber mittlerweile denke ich mir halt auch wisst ihr was ich habe mich sowieso von anfang an verskillt dementsprechend ist mir jetzt auch scheiß egal hau mal einfach da rein wo ich denke es soll rein und gut ist die geschichte dann diese items hier die ihr sammeln müsst für euren beruf oder für die weekly könnt ihr auch weiterhin am auktionshaus kaufen beachtet nur dass immer eine gewisse qualität angegeben ist also bei mir ist es jetzt die zweite qualität silber nicht dass ihr da aus versehen die falschen sachen kauft so wie es mir vor glaube ich drei oder vier wochen passiert ist sonst ärgert ihr euch noch hinterher oder fragt euch was geht da ab das geht ab so was gehen wir jetzt hier schönes muss ich mal schauen der element ich muss auch ehrlich gesagt sagen ich habe hier überhaupt nicht drauf geachtet was ich wo komm fuck it rein da nehmen wir jetzt einfach mit und dann haben wir noch diese quest sammelt 20 einheiten stoßzahnmarkt von den mammuts der dracheninsel da hat blizzard tatsächlich was gefixt an den drop rates dieser items die waren teilweise wirklich unterirdisch mittlerweile sollte das alles ein bisschen schneller von statten gehen also das ist eine ganz gute geschichte sagen wir es so dann haben wir natürlich auch wieder pvp weeklys haben einmal 100 funken des lebens in thaldrasus sammeln mit aktiviertem kriegsmodus dafür könnt ihr euch dann hier bei den händlern erstmal die sachen kaufen also für blutige abzeichen und dann mit diesen trophäen die ihr bekommt hier in epische items umwandeln also das ist ganz nett dann haben wir verdient ehre auf zufälligen schlachtfeldern plus in arenen beweisen verdient ehre in arenen gibt überall ruf eroberung und so weiter und so fort als belohnung oben drauf also wenn euch noch ehre fehlt kann ich nur sagen lohnen sich die weeklys auf jeden fall und die woche gibt es halt auch in arena geplänkeln 50 prozent mehr ehre das ist ganz nett dann hier sturm woge wie immer 75 elementar überfluss sammeln und ihr kriegt dann ein sturmsiegel quasi für lau oben drauf also das ist auch eine ganz nette sache pro woche denkt dran könnt ihr neun stück ergattern bei den einzelnen stürmen also wasser feuer erde luft droppt immer noch ein quest item kann ein quest item droppen wodurch ihr dann noch mal zwei dieser abzeichen bekommen gut dann haben wir die dungeon quests wir haben einmal uldaman die lasse ich jetzt einfach mal stehen die andere ist hallen der infusion zwar auch keine mythisch plus instanz also theoretisch könnt ihr diese quests auch über m plus abschließen aber weswegen ihr sie mitnehmen solltet ist nämlich die tatsache es gibt ja diese woche den vierten funken der genialität ist es glaube ich auf deutsch und für diese quest müsst ihr in die hallen der infusion also die quest könnt ihr miteinander verbinden das ist ganz nützlich würde ich euch auch empfehlen das dann zu machen oder erst in den dungeon zu gehen wenn ihr beide quests habt und so könnt ihr das ganze ein bisschen beschleunigen dementsprechend die woche ist es dann auch möglich dass ihr euch das vierte epische craft item herstellt oder herstellen lasst je nachdem was ihr da bevorzugt ist eine ganz schicke geschichte und hilft euch euer gear zu verbessern gehen ja bis auf 418 hoch ich habe jetzt den ring auf 418 die halskette auf 418 und gürtel auf 4 2 der ist jetzt tatsächlich noch nicht so hoch ich glaube ich muss noch wenn ich 6 m plus oder so gehen 16er mit dies nächste auf 418 craften kann ich nehme mal an das werden dann bei mir die hosen werden weil die laut sim hose oder boots sind das größte upgrade für mich ich denke in dem fall gehe ich auf die hosen und dann haben wir das zumindest auch mal abgeschlossen ansonsten das wären so die sachen innerhalb von waldracken wir gucken auch noch mal pvp rauferei ist die shadow pan kraft probe 5 gegen 5 arena macht finde ich relativ viel spaß diese geplänkel immer oder diese ähm raufereien also könnt ihr ruhig mitnehmen gibt ehre und auch ehren abzeichen falls ihr da noch irgendwas für kaufen wollt ähm mythisch plus haben wir diese woche die afixe verstärkt boshaft schrecklich und donnernd also nicht die geilste id a für milis und b für heiler also könnte etwas schwieriger werden diese woche seid da auf der hut und erwartet vielleicht nicht zu viel ähm die letzten beiden wochen waren auf jeden fall einfacher ähm raid hat sich nichts getan also bezüglich lfr da sind immer noch dieselben zwei wings offen die ihr erledigen könnt nächste woche kommt dann der dritte und finale wing und ansonsten werfen wir nochmal einen blick in die älteren gebiete zandala und immer noch keinen dünnschlinger kraulok aktiv dann müsste der glaube ich nächste woche am start sein also es kann auf jeden fall nicht mehr lang dauern hat man nämlich jetzt länger nicht den guten dementsprechend mal abwarten wobei ne nächste woche dann auch nicht weil dann ist der äh nächste woche wieder auf kulti rast dann glaube ich über nächste woche also da lege ich mich jetzt fest dafür stehe ich mit meinem namen und zu guter letzt verhehrten inseln guck mal nochmal in stalaran da haben wir immer noch die quest akademische erkundungen in sachen archäologie und ich sag's ja immer wieder ihr könnt wenn ihr archäologie gelernt habt ihr müsst dafür nicht mal irgendwie ein skill drin haben jeder alle zwei wochen hier eine coole quest abschließen da gibt's manchmal ganz nette belohnungen dafür wenn ihr diesmal das macht bekommt ihr einen schlüssel für die akademie von natalas äh das ist das ding hier mit diesem schlüssel könnt ihr da reingehen und euch dann einen titel holen ähm das ist ganz nett geht halt auch nur innerhalb dieser zwei wochen und ich glaube es ist der hier rektor ähm ist nicht allzu kompliziert gibt's auch ein video auf meinem kanal einfach mal über die suche gucken weiß nicht mehr äh gisex rektor titel oder so so solltet ihr es auf jeden fall finden und da ist dann beschrieben wie das ganze funktioniert damit danke an dieser stelle fürs zusehen ich wünsche euch eine spaßige id eine spaßige woche guten loot aus der volt und damit bis zum nächsten video lasst sehr gerne ein like und ein abo da wenn euch das video gefallen hat checkt auch mein instagram profil aus link in der video beschreibung und bis dahin habt ne gute zeit reingehauen bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal